Was ist der Algorithmus von Kruskal? Das ist jetzt sozusagen eine zusätzliche Spezialisierung. Auch dieser Algorithmus von Kruskal verwendet diese beiden Farben, Rot und Grün. Liegen beide Endknoten der Kante in demselben grünen Baum, so färbe sie Rot. Ich will Ihnen ja zeigen, dass dieser Algorithmus von Kruskal, dass das letztendlich nichts anderes ist als dieser Färbungsalgorithmus. So, wir könnten an dieser Stelle die rote Regel aus dem Färbungsalgorithmus anwenden, die besagt, dass wir einen Kreis finden müssen, der mindestens eine ungefärbte Kante enthält. Das heißt, wir könnten beispielsweise diesen Kreis hier finden und würden dann diese Kante hier Rot färben. Das wäre jetzt genau die rote Regel aus dem Färbungsalgorithmus. So, und jetzt aber sozusagen die Regel aus dem Algorithmus von Kruskal. Die Idee wäre jetzt eigentlich hier nur gewesen zu zeigen, ich würde jetzt beispielsweise diese Kante färben aufgrund dieser Regel 2.1, grünen Baum, also wir haben hier sozusagen zwei grüne Bäume drin, das ist einmal dieser hier oben, und der zweite grüne Baum wäre der hier unten. Ja, und wir hätten jetzt beispielsweise hier diese Kante, könnten wir Rot färben, weil wir quasi die beiden schon ineinander verbunden haben. Und bei einer grünen Regel, beispielsweise zwischen diesen beiden Knoten, das wäre, dass ich nachweisen kann, dass diese Grünfärbung in dem Algorithmus von Kruskal genau der Anwendung der grünen Regel aus dem Färbungsalgorithmus entspricht. Ja, also beispielsweise diese würde ich grün färben oder könnte ich grün färben, wenn wir jetzt mal diese Kantengewichte außer Acht lassen, weil ich das jetzt hier in dem Beispiel nicht berücksichtigt habe, diese Kante würde ich grün färben, weil die beiden Endknoten halt in unterschiedlichen grünen Bäumen liegen. Und wenn das der Fall ist, gibt es auch immer einen Schnitt. Ja, das wäre in diesem Beispiel genau der Schnitt. Ja, und wenn dann diese Kante hier ausgewählt wäre, wenn das die mit dem minimalen Gewicht wäre, dann müsste ich die halt aufgrund der grünen Regel auch genau grün färben. Das heißt, zu diesen beiden Färbungsregeln in dem Algorithmus von Kruskal passen genau diese Färbungsregeln aus unserem Färbungsalgorithmus. Das ist letztendlich nichts anderes. Das eine ist die rote Regel, das andere ist die grüne Regel. Gucken wir uns das einfach mal ein Beispiel mal an. Folge der sortierten Kanten. Das heißt, wir sortieren die jetzt nach dem Gewicht. Das heißt, als erstes hätten wir die. Der war ja auch noch generisch formuliert, was wir initial machen. Wir färben im Prinzip alle Knoten, markieren wir uns auch irgendwie, die werden alle irgendwie grün, kriegen alle einen kleinen grünen Punkt. Jeder ist für sich genommen ein eigener Spannbaum. Das heißt, wir haben sozusagen den Spannbaum noch ganz leer, sondern haben im Prinzip eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht einzelne Spannbäume, die wir jetzt aufgrund des Algorithmus zu einem großen zusammenführen wollen. Sortierung haben wir gemacht. Durchlaufe die sortierten Kanten der Reihe nach und wende folgende Färbungsschritte an. Das heißt, wir würden jetzt die kleinste Kante nehmen mit dem Gewicht 1. Liegen beide Endknoten der Kante in demselben grünen Baum, so färbe sie rot. Die kleinste Kante ist die hier oben. Liegen die in demselben grünen Baum? Nee, ne? Also färben wir sie grün. Nächste Kante, Kante 2, ist diese hier. Liegen die in demselben grünen Baum? Nee. Nächste Kante, die 3, da auch nicht. Die 4, auch nicht. Die 5, die liegen in demselben Baum. Das heißt, die Kante würden wir jetzt rot färben. 6, die würden wir wieder grün färben. Die 7 würden wir auch grün färben. Die 8 würden wir rot färben. Die 9 ist noch offen. Da haben wir jetzt einen Baum und den zweiten Baum. Den würden wir noch mal grün anmalen, die Kante. Und der Rest müsste eigentlich alles rot gefärbt werden. Durch diesen Algorithmus von Kruskal haben wir jetzt auch einen minimalen Spannbaum ermittelt. Ist ja auch noch generisch. Müssen wir uns auch noch irgendwie angucken. Irgendwie müssen wir überprüfen, ob zwei Knoten in einem Baum liegen oder nicht. Das ist das eine. Sortieren müssen wir. Das können wir. Und wir müssen im Wesentlichen überprüfen, ob zwei Knoten zu einer Menge gehören oder zu einem Baum. Sortieraufwand und ob Kante beide Endknoten, selben grünen Baum hat. Das ist eigentlich eine Operation auf Mengen. Den Baum müssen wir irgendwie verwalten. Könnte man beispielsweise mit einer Menge machen. Implementation kann zum Beispiel mit einer sogenannten Union-Find-Struktur erfolgen. Union-Find sind letztendlich zwei Operationen auf Mengen. Union für die Vereinigung von Mengen. Wenn wir eine Kante grün färben, haben wir sozusagen aus zwei grünen Bäumen machen wir sozusagen einen. Also irgendwie Vereinigung von Mengen. Wir müssen quasi zu einem Knoten die zugehörige Menge finden. Und dann können wir die irgendwie vergleichen, ob die identisch sind. Und die Implementation einer solchen Struktur wird üblicherweise als das Union-Find-Problem bezeichnet. Dann sähe der Algorithmus ein bisschen verfeinert so aus. Wenn ich so eine Struktur habe, A ist das, was wir berechnen wollen. Sortiere die Kanten nach aufsteigendem Gewicht. Wir machen aus jedem Knoten sozusagen einen grünen Baum. For each vertex ist halt so eine Operation Make Set. Dass wir sagen, so wir legen da jetzt eine Menge mit genau diesem einen Knoten an. Und dann gucken wir uns aufsteigend ausgewählt die Kanten an. Liegen die beiden in der gleichen Menge? Wenn ja, machen wir gar nichts. Und wenn nein, wenn die in unterschiedlichen Mengen sind, vergrößern wir quasi unseren minimalen Spannbaum. Das heißt, die Menge A ist die Menge der Kanten, die den minimalen Spannbaum bilden. Nehmen wir diese neue Kante auf. Das war genau unsere Färbung in grün. Das ist die Operation, die halt diese beiden Bäume, die da jetzt mit dieser Kante verbunden werden zu einem Baum, die Operation, die die halt zusammenwachsen lässt. Aufwand wäre an dieser Stelle abhängig von der Anzahl der Kanten. Das Ding, das läuft in O von E. Was jetzt im Prinzip geklärt werden muss, wie wir denn diese Operationen ausführen können. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Da würde ich jetzt auf die Literatur verweisen. Finden Sie beispielsweise in diesen beiden Büchern. Zum Beispiel Realisierungsmöglichkeiten für Union in O von 1, für Find in O von Log N. Das wäre irgendwie so eine Realisierung mit Hilfe von Baumstrukturen. Sodass wir insgesamt auf eine Laufzeit kommen von O von E mal Log E. Also E jeweils immer in der Mekantenanzahl.